Hallöchen, Montag! Der siebente. Ich bin Garfield-Freund, deswegen hasse ich Montage. Aber egal. Nummer 7. Ein Dreher, glaube ich. Sieht zumindest aus. Ja. Und wieder ein Schlitz. Diesmal ein etwas größerer. Wir haben den vom letzten Mal. Der ist jetzt hier ein bisschen größer. Das ist 260p. Ah ne, das ist dasselbe. Ach ne, Quatsch. Was erzähle ich denn für ein Mist? Das ist ein 2-0er. Das ist ein 1-5er. Auch wieder diese schöne Verarbeitung. Echt krass. Also ich glaube nicht, dass die so schnell abbrechen werden. Hier wieder mit dem Griff hinten. Mega gut. Ja. Das war es soweit schon. Wieder. Ciao. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.